Gerade als du dachtest, Bitcoin wäre am Ende, sind wir wieder da und gehen nächste Woche auf 100.000. Nur Spaß. Ich bin Da Vinci Jeremy, ich bin hier in Dubai und ich hoffe, es geht dir gut. Alles läuft prima, während Bitcoin wieder auf Kurs ist und Trump lebt und wohlauf ist. Und ja, ihm wurde praktisch die Präsidentschaft in die Hände gelegt. Deswegen pumpt Bitcoin heute. Wir werden darüber und mehr in der heutigen Folge sprechen und in die TA für Bitcoin und Ethereum eintauchen, um zu sehen, wohin sie gehen, ob sie diese oder nächste Woche auf 100.000 gehen. Alles klar. Wenn du daran interessiert bist, dies zu traden, kannst du das bei buybitdavinci15.com tun. Der Link ist unten in der Beschreibung. Es gibt auch einen Link für das Freunde-Einladen-Programm, mit dem du etwas Geld verdienen kannst, indem du Freunde mit deinem Affiliate-Link einlädst, indem du dich unter meinem Affiliate-Link anmeldest und dann deinen eigenen erstellen kannst, um deine Freunde einzuladen. Du könntest damit tatsächlich Geld verdienen und deine Freunde auch. Nur etwas zum Nachdenken. Alles klar. Ich mache das hier live und die Leute können das jeden Tag live sehen. Ich muss diese Website aktualisieren, weil ich viel Gewicht verloren habe. Diese Jacke passt nicht einmal mehr. Sieht aus, als würde ich darin schweben. Also werde ich das bald machen. Aber wenn du das live sehen willst, kannst du das auf davinci15.com tun. Außerdem habe ich einen Merch-Store, wenn du an irgendwelchen Merch-Artikeln interessiert bist. Du kannst jetzt shoppen und ein In-the-Pipe-Shirt kaufen. Ja, okay. Ich mache heute eine Live-Show mit Mr. M's Podcast. Stell sicher, dass du das einschaltest. China überlegt, das Bitcoin-Verbot 2024 aufzuheben. Viele coole Neuigkeiten. Michael Saylor macht eine epische Bitcoin-Aussage. Bitcoin erreicht 60.000. Ich werde nicht darüber sprechen. Das ist interessant. Du solltest das recherchieren. Ja, es gibt ein paar andere Nachrichtenartikel, die du auch recherchieren solltest. Der Link dieser Liste ist auch unten in der Beschreibung. Trump-Stump-Mega-MVP Wie Meme-Coins nach einer Schießerei bei der Kundgebung des Ex-Präsidenten reagieren. Ja, das hat Mr. Trump praktisch den Sieg beschert, nachdem er dieses Attentat überlebt hat. Also ist jeder Trump-Coin gepumpt. Ich habe einen auf meiner Twitter-Seite erwähnt. Du kannst das nachsehen, wenn du an dem interessiert bist, den ich erwähnt habe. Eine Studie zum kumulierten Volumendelta. Wale und Institutionen bieten auf Bitcoin. Okay, wow. Sie kaufen Bitcoin auf. Das bedeutet das. Das bedeutet das. Das bedeutet das. Duh. Alright, geht's. Elon Musk und Justin Sun unterstützen Trump nach der Kundgebungsschießerei vollständig im Präsidentschaftsrennen. Ja, ich meine, es ist praktisch die Präsidentschaft, die Trump in die Hände gelegt wird. Bitcoin erreicht ein 10 Tage hoch, über 60.000 nach dem Attentatsversuch auf Trump. Ja, mal sehen. Der Bitcoin-Preis steigt nach dem Attentatsversuch auf den ehemaligen Präsidenten Donald Trump bei einer Wahlkampfveranstaltung in Pennsylvania am 13. Juli. Nach dem Vorfall stieg der Wert von Bitcoin um 4% und erreichte 60.000. Dies markierte den höchsten Stand seit den letzten 10 Tagen und kehrte einen jüngsten Abwärtstrend um. Warum stieg der Bitcoin-Preis nach dem Attentatsversuch auf Trump? Die positive Mark-Reaktion auf dieses Erignis hat die Krypto-Community dazu gebracht, über die Gründe hinter dem Price and Stick zu diskutieren, dass er der Bitcoin-Präsident ist, oder? Er unterstützt Krypto, während Biden das nicht tut. Es ist nicht so kompliziert, wirklich. Das Coole daran ist, dass China das Bitcoin-Verbot 2024 überdenken will. Nur damit du Bescheid weißt, wenn sie das Bitcoin-Verbot überdenken, wird das alle Krypto-Verbote betreffen und PayPay wird einen Zahltag haben. Das ist unglaublich, dieser große Schritt wird Bitcoin in Mondschuss-Territorien schicken. Wir werden tatsächlich in die Atmosphäre starten. Das wird episch. Natürlich nicht sofort. Es braucht eine kleine Verzögerung. Natürlich wird es nach dem Nachrichtenevent einen Rückgang geben und dann wird es wieder ansteigen. Also sei bereit dafür. Alles klar. Habt ihr diesen Trade mitgemacht? Es war ein harter Trade. Ich dachte, wir würden hier gestoppt werden und dann, boom, nein, Trump hat uns den Pomp gegeben und wir haben unser Ziel erreicht. Also, ja, du musst Gewinne mitnehmen und neu bewerten oder, du weißt schon, entweder ein bisschen vom Tisch nehmen oder den Stopp auf Break-Even auf der Hälfte setzen. Richtig. Da siehst du das 1 zu 1 Verhältnis. Also stopp dort und dann sieh, ob das Ding läuft. Glücklicherweise gibt es eine massive Lücke, durch die du ein Flugzeug fliegen könntest. Oh ja, jetzt die Lücke beachten. Mit dieser Situation könnte es zu einem Retest des 58,3 Bereichs kommen, bevor wir loslegen. Leider ist das so. Naja, wenn wir loslegen. Lass uns zur täglichen Chart gehen. Das Dach ist immer noch da. Uff, still there. Gap. Right. Ja, ich meine, lass uns zur wöchentlichen Ansicht gehen. Das hat die Situation stark umgekehrt. Haben wir die Woche geschlossen? Schau dir diesen wöchentlichen Schluss an. Ja, da ist er, Leute. Auch wenn es nicht ganz zwei parallel verlaufende Kerzen sind, ist das gut genug. Das zeigt auch an, dass ein Bruch über dieser Woche bedeutet, dass dies eine bullische Situation ist, die uns auf 70.000 bringen könnte und sogar weiter, weil sobald wir an diese Tür klopfen, ist es wie, okay, was auch immer, es bricht diese Tür. Also können wir sehen, was das Ziel für diese nächste Bewegung ist. Einmal ausgebrochen, siehst du, dass 86.000 das Ziel für diese Bewegung ist. Wait for that move. So, yeah, wow. Boom. Boom. Bitcoin. Damn. Damn. Ja, denk dran, am Affiliate-Programm teilzunehmen und du könntest das alles bis auf 86.000 traden. Kurz danach natürlich. Wahrscheinlich die Rückkehr aus der kleinen Lücke dort. Würde ich wahrscheinlich bei dieser Lücke dort einsteigen. Aber verdammt. Damn. Ja. Schick deinen Freunden Zugang zu Bybit, indem du meinem Affiliate folgst. Und dann, ja, da Vinci, bybit.davinci.com und folge dem Link unten in der Beschreibung. Ja. Okay. Lass uns mit Ethereum abschließen. Ethereum geht direkt zu seinem Ziel. Ich habe euch gesagt, dass ich das shorten wollte, aber du weißt schon, er hat sich umgekehrt. Also musste er sich einfach umkehren und boom, da ist es. Er hat das Ziel erreicht. Wenn ich euch gesagt habe, dass er hier hochgehen würde, wenn er ausbricht, dann ist er ausgebrochen und hat dieses Ziel erreicht. Und das ist einfach so. Schauen wir uns die vier Stunden an. Ja, das war eindeutig der Punkt von Widerstand und Unterstützung vorher. Frühere Unterstützung wird jetzt zum Widerstand. Und so sind wir hier und wir müssen warten, bis er uns sagt, was er tun will. Er wird wahrscheinlich ein bisschen zurückkommen, bevor wir das durchbrechen. Aber sobald wir das tun, sobald wir das tun, klopfen wir an die Tür von 4.000 und dann geht es los. Es ist großartig. Bis auf 9.000. Ich meine, diese absolut brutale Fahrt, schnelle Fahrt im nächsten Quartal 2024. Alles klar. Das war es für heute. Ich hoffe, dir hat die heutige Folge gefallen. Mir hat sie gefallen. Stell sicher, dass du den Like-Button und den Abonnieren-Button drückst. Wir sehen uns morgen. Tschüss.